Hallo und herzlich willkommen zum Audio-Rezept für Endivien-Durcheinander. Der Ursprung dieses göttlichen Endivien-Durcheinanders Salat-Durcheinander liegt irgendwo zwischen Rheinhausen, Mörs und Müllhain an der Ruhr. Bitte versuchen Sie nicht, dieses Gericht mit Sahne statt Milch und Joghurt zu veredeln. Bemühen Sie sich stattdessen um richtig knackigen Endivien-Salat, am besten aus dem Bioladen und wirklich guten Speck, der in der Pfanne kein Wasser absondert. Beim Mölmschen wird zum Endivien-Dore in Endivien-Durcheinander Blutwurst oder Panhas dazu gereicht. Für vier Personen werden folgende Zutaten benötigt. 2 kg mehlig kochende Kartoffeln, z.B. Bintje, Adreta, Afra oder Licaria. Endivien-Salat 0,5 Liter Vollmilch 500 g Joghurt 2 Esslöffel Butter Weißweinessig Prise frisch geriebene Muskatnuss Frisch gemahlener, weißer oder schwarzer Pfeffer Meersalz oder grobes Salz aus der Mühle Folgende Utensilien werden benötigt. Kartoffelstampfer Topf Zubereitung Sie schälen und kochen die Kartoffeln, zerstampfen sie, nicht zu fein, unter Beigabe von Milch und Joghurt. Dann fügen Sie den Butter in den Kartoffelbrei und heben zum Schluss die klein geschnittene Endivie unter den Kartoffelbrei. Mit viel Essig, Salz und Pfeffer abschmecken. Als Beilagen eignen sich Vollkornbrot und Bier, Pannhas, Bratwurst oder Frikadellen. Diese Varianten gibt es. Statt Butter, 200 g kross ausgebratene Speckwürfel, überschüssiges Fett abgießen, unter das Gemüse rühren. Statt dem Joghurt, nur Vollmilch verwenden. Statt Endivien-Salat, blaschiertes Weißkraut, Kappes, verwenden. Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!